Ach ja, erst mal einer auch. Was bist du? Oh, au, ah, au, ah. Ich setz mich mal dazu. Mal gucken, ob ich einen cooleren Heli kriege. Das wäre natürlich geil. Ich mache jetzt mal die Werke Raute. Wir schaffen das. Ja. Oh, leu, als ob der jetzt schon losgeht. Hä? So, ob der Job ja schon fertig ist. Ach so, ja. Ich glaube, ich glaube, das war schon mal viel zu warm, oder? Weil wir die Einladung schon haben. Der Kontroll-Einheit-Job. Bum, bum, bum. Das ist eigentlich voll easy. Ach, scheiße. Ich werde das vergessen. Noch eine Stunde haben wir noch. Alles hatte das Markus. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ahin, Ahin, haben wir wieder geschickt und zack war ja drin. Wenn du mich einlehnst, bin ich ganz schnell drin. Ah ja, ich will wieder Autofahren. Bereit, jetzt L4 einzustellen. Außer vielleicht die Papiertüte weg. Ja, diesmal habe ich auch die Maske, die ich haben wollte eigentlich. Aber da war die, die fortgesetzt war, war schon vorbei. Ihr Töte, jeje. War aber irgendwie lustig. Ich bin der Gangster, der Kapiertüte. Keine Ahnung, ob er mal zwischendurch gespeichert hat. Hm. Hm. Hä? Deine Aufnahmen. Ich habe alles gut, bei mir läuft. Gut. Okay. Jetzt sagst du aber bei Minicap. Ja, ich muss das mal speichern. Hä? Bei Minecraft sagst du dann immer, ich muss speichern. Nee, ich... alles gut, ich speichern meine... Ja, ich bin nicht ganz vorne eigentlich mal. Meinst du hinter dem gelben Auto? Ich bin in einem gelben Auto. Ja, das ist Baby. Nein, ich bin in einem gelben Auto. Das gelbe Auto habe ich immer. Kef ist der da vorne ist mit seinem Weißen. Ja, ich tanze ein bisschen aus der Reihe. Ich habe den Cypher ging. Wie jetzt? Oh was, nur Granaten? Ich bin... ... auch von meiner Begara gewesen. I gotta take this call. Alright, let's do this. We are out. Gonna be at the train in a few minutes. Sagst du, ich stehe hier. Es ist ein Wunderbotsportal hier vorhin. Wir haben mal die Mission einmal gespielt, und wo die U-Fair, keine Ahnung, 30 Megatronik. Hey, we own this. Girl, I know you down. Just make sure our friends and associates behind the wheel knows what's up. This is some sexy motherfucking shit we all stealing. Put the whole ass supercomputer under the hood. And the one thing you ain't supposed to do with a supercomputer is drop it, shoot it or anything other than treat it right. Once I get this bitch all hooked up. Once you get it all hooked up. Hehehe, you got me. Once my master engineer hooked this bitch up. That's right. My ride is gonna be unique, baby. All bitches, all princesses. All princesses. All princesses. That's right. That's right. You got more R&D money than the army. But that's why they were robbed, I ain't no way that you're gonna get me, a bunch of rebels, bitch. Was ist das? Das war's für ein paar Jahre. 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 Wir haben die Klocke, okay? In und aus. Wir haben sogar die Serial-Nummer, damit wir wissen, welche Kraten der Bust öffnen. Meine Frau. Ach, Mann. Das war's für ein paar Jahre. Ich hab keine Freunde. Ich habe kein Kind oder? Das war's für eine Frau. Es sind so damit, nicht die. Das war's für ein paar Jahre. Helicopter mit dran. Ja, ja. Ja, ja. Die Grenzzylinder vom Zug. Ja. Du bist ja gut. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Ja. Ja. Nein. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Ja. Naja. Könntest du die Waffen selber aussuchen? Nein, ich bin mir erst vorgegeben. Okay, weil sonst gibt es das immer mit Haftbomben. Geht einfacher. Oh. Suck. Tass ist es nicht zu? Waffen wir mal? So stirbt er denn nicht? Wer denn? Der Typ auf dem Zug. Wer ist denn das hinter mir? Schuss mich die ganze Zeit, Alter. Sorry, da hast du nichts. Oh scheiße, da ist der Tunnel. Yvonne, alles gut? Ja, da geht's gut. Ich bin bald auf dem Zug gewartet, fängt den Hut an. Oh Gott, mein Kuschel nicht hier. Wenn man den echten Zug so auch anhält. Ingame. Oh Gott, was geht denn jetzt hier? Okay. Jetzt. Wir können gleich Nummern zugeschickt, die müssen wir suchen. Ah, passt auf, auf den ganzen Nuckel weiter. Okay, I'm gonna text you to see your number from the manifest. Just gotta find the crate that matches. 9COB. S91F. S91F hab ich. Ja, das ist der hier und dann der Ender. Muss nur da hoch. Ich hab 90 OB, das ist der zweite, der hier ist. Ja, dann aufmachen. Hä? Aufmachen. Ey, what the fuck? You hit her? They got another chopper coming in? Stay cool, baby girl. Ain't nothin' out there we can't handle. Entfingen wir so. Keep looking, y'all. Hä? Muss eine Frau alles alleine machen? So, weg hier. Hey, wir holen ja auch von ihr die Sonnenbeilig. Ich geh halt hier rein. Wir holen ja auch von ihr die Sonnenbeilig. Ich geh auf den Vorrako zu sein. Oh. Ich geh mich nicht durch. Es ist zu eng. Pass auf, wir sind richtig abgeteilt. Oh. 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 Ich bin nicht mehr zu tun. Das ist верх. Ja, du bist schlecht, Bitch. Just got my priorities straight. hier ist die stelle wohl eigentlich am meisten verreckt ich habe die anderen an der wacke du bist nur für die Ausbildung oder gehst du es, m***er? schau mal dein Boss Huh? Mach mal so? Dein Putz, hab ich gesagt. Wo denn? Arbeit. Warte mal. So, mit euch klappt das ja voll easy, Alter. Das liegt doch daran, weil wir wissen, was wir machen. Stimmt. Weil wir koordiniert haben. Wenn du Leute hast, die random sind, dann... Kannst du nach oben, oder? Nein, unten. Unten. Unten? Okay. Hm, schwarze! Viel Spaß! Ich hab auch total vergessen, die Maske aufzusetzen, Alter. Ja. Nicht nur du! Ich auch! Alle sind Corona-Konform. Ich war so mit dem Zug beschäftigt. Sag mal 100.000! Geil! Wir sind alle nicht Corona-konform. Wir haben alle keine Maske auf. Ach, bei mir und Yvonne im Auto geht das. Ja, ich habe es gehört. Ja, das war's. Ja. Ja. Sagst du! So. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich bin ein bisschen glücklich. So, jetzt haben wir nochmal 50.000 bekommen, denke ich. Ja, das war mein schwarzer Ladebildschirm. Ja, echt Quatsch, echt. Der beste Freund eines jeden Zockers. Auf Druck abgeschlossen. Ja, sag ich doch. Also auch wieder noch 150.000. Das ist doch leicht verdientes Geld, hm? Die brüllen sich erst mal. Wir tanzen doch nur. Wir tanzen doch nur. Wir tanzen doch. Wir tanzen doch nur. Wir tanzen doch Lade. Vielleicht wird es haltよろ. Wir tanzen doch noch. Wir tanzen doch. Wir tanzen doch. Wir tanzen doch. Was ist das passiert? Wenn ich das überhaupt nicht... Oh, die Schraße brennt! What the fuck? Da waren wir die Kinder noch einmal alleine, ne? Was war das denn? Was ist das denn? Die Scheiße, ich hab's nur so vibrieren, jetzt! Er geht nicht, sieht eigentlich ein Beschuss aus. Was willst du? Was willst du? Oh, was? Du stichst mich ab! Du kommst nicht dazu! Du kommst nicht dazu! Aufrecht! Was ist das so? Oh Gott! Oh, das ist ja das lieber! Okay... Ähm... Ne, 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 ne! Ich fülle Granaten durch die Luft! So, dann müssen wir jetzt die dritte machen! Moin! Moin! Was geht so? Was machen sie hier so? Hä? Von Kontrolle? Allgemein... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tätlicher Angriff! Tätlicher Angriff! Irgendwas machen sie so in ihrer Freizeit? Ja, wir verprügeln uns alle! Oh mein Gott! Markus, pack den Gummi-Dildo da weg! Was für ein Gummi-Dildo! Oh! Warte mal! Ich halte mal hier gedrückt, damit ich die Tür von meinen CEO öffnen kann! So! Dein Auto muss repariert werden! Da hast ne Beune drin! Hey! Weiter! Weiter! Aber haben wir jetzt noch wieder... Richtig! Has dit den zweist? Age! Auf ist er? Ja, der stためFF ist! Doch! H sessions! Unde da habe ich jetzt Nassik in dein Netz uma mit flick! So, jetzt kann ich mich wenigstens mal recht. Ne, kann ich nicht. Das war wohl nicht. Äh. Ich dachte, er ist wieder übelndes Chaos. Ja, ich leg einfach neben dem Polizisten auf Fuß. Ja, was ist so euer Ziel? Ja, wir machen es ja auch. Ja, ich bin schon in der Werkstatt wieder. Ah, es geht weiter denn, oder was? Jetzt. Ja. Nein, das ist gut. Ich wollte ja auch hinfahren, aber ich habe mein kleines Auto gesprengt. Ja. 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 Ja.